herzlich willkommen zu einer weiteren folge odyssey im auftrag des königs oder rote mine annald zweiter teil ja warum rote mine annal ich habe sie einfach so genannt weil ich sie nicht von vorne betreten habe sondern von hinten also von vorne betreten durch den schacht bei klaus glaube ich richtig bei klaus dem jäger mit der verwandlung mit dem verwandlungsspruch fleischschwanze ich habe währenddessen mal für uns damit wir besser sehen können wir alle fackeln entzündet und dabei ist mir aufgefallen mensch hier geht es ja noch weiter runter so und jetzt werden wir weiter gucken was es hier noch gibt ich habe keine spitzhacke im inventar so damit ich weiß wo wir hier sind wenn ich mal ein bisschen hier noch weiter gucken okay hier klappt da unten sind noch weitere crawler und wie wir in der letzten folge gesehen haben kann ich die ja ganz einfach mit meinem offiziersding niedermäzeln lust jetzt haben sie mich natürlich schon hier wieder entdeckt das ist doof wenn ich mich da jetzt rein würge ein stürze dann wird's übelst ja nach etlichen versuchen mal irgendwie eine eine strategie ausfindig zu machen wo ich die mein kohle mal doch ein bisschen anwunden kann und zwar gibt es hier eine schöne lücke ihr seht habe ich da schon mal ein paar mein crawler verletzen können und ich bin jetzt doof jetzt bin ich nämlich runtergefallen versuche jetzt doch mal meinen crawler dann noch zu natzen so war das hier der letzte kann nicht sein da muss ja noch irgendwo einer sein aber egal ziehen wir erst mal hier die klauen hier steckt einer mitten im felsen an den ich nicht rankomme doof mist okay dunkelpilz buddler fleisch so mampfi fleisch mann o mann o mann o mann da ging natürlich jede menge pfeile drauf ich hatte 118 jetzt nur noch 54 aber was tut man nicht alles um hier ein bisschen weiter zu kommen in diesen in diesen ja in diesem lustigen spiel auch in diesem aufregenden spiel ich darf noch mal eine fackel ziehen und doch noch mal ein paar wo sind sie denn hier ach ja fackeln fackeln die waren doch irgendwo da 23 so ein bisschen für licht sorgen das ist auf jeden fall wichtiger damit ich weiß wo ich war okay gibt es hier noch was da gibt es auch jede menge pilze pilz klavenboot das sind zum beispiel die alten pilze nichts zu holen nichts zu holen holand richtig vielleicht sollte ich jetzt auch mal abspeichern bevor mir irgendwas komisches wieder fährt wie der dingster und hier geht es ein bisschen steil hoch na bitte hallo wieso komme ich nicht hier nicht hoch was ist das jetzt wieder für eine nummer ich habe es als blutfliege versucht im off modus aber da komme ich auch nicht hoch also das ist ja sehr seltsam na super sackgasse leute nein 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 wieso kriege ich dich eigentlich hier nicht vielleicht komme ich von der seite da dran nö wird nicht angezeigt steckt einfach so drin ok steigen wir die leiter empor und gehen wieder zurück oder weiter oder wir teleportieren uns raus hier kommen wir nicht weiter da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als mich hier raus zu teleportieren weil wenn ich wieder zurückgehe und ich kann mich als fleischwanse nicht zurück verwandeln und durch diesen eingang teleportieren ich muss mich teleportieren ich muss das irgendwie anders machen wo teleportiere ich mich jetzt hin ins dorf in die burg in die burg mal gucken und es ist nacht so erstmal eine nacht drüber schlafen was ich zu tun gedenke ja ich würde mal sagen wir gehen mal wieder raus zum herr brand da deuchte mir noch irgendwie was was ich machen müsste so wir haben ja akrobatik sehr schön schauen wir mal ob herr brand noch eine aufgabe für mich hat ah ja marbot sagte mir dass ihr eine aufgabe für mich hättet marbot sagte mir dass ihr eine aufgabe für mich hättet ja das ist richtig ich soll dich mit einer sache betrauen die uns ganz gewaltige kopfschmerzen bereitet bisher hatten wir die angelegenheit streng geheim behandelt weil wir hofften so der ursache unseres problemes eher auf die spur zu kommen aber leider waren alle unsere bemühungen bisher vergeblich gewesen daher sollst du dich jetzt um die sache kümmern anscheinend soll ich jetzt wohl alle großen probleme von atan aus lösen bevor ich die insel verlassen darf ich habe nichts gesagt dass du die aufgabe übernehmen musst allerdings kannst du da nicht ja ja schon gut ich habe verstanden und um was handelt es sich in letzter zeit verschwinden ständig waffen aus der burg und wir haben keine ahnung wo sie hingekommen sind was waffen verschwinden aus der burg das darf doch nicht wahr sein wie kann denn das geschehen genau das sollst du in erfahrung bringen geh mal in die waffenkammer und rede mit kuno er kann dir mehr dazu sagen also das finde ich eine unmöglichkeit dass hier einfach so waffen aus der burg verschwinden da müssen wir sofort zu kuno gehen und mal fragen wen er wohl verdächtigt okay endlich mal wieder eine quest endlich wird es nicht mehr so langweilig ach ja und da können wir auch direkt mal zu kuno stolzieren oder springen nachdem hallo kuno erzähl mal was hat es mit der waffen auf sich sch oh gott ich weiß jetzt warum du so schlechte laune hast kuno tatsächlich was soll denn deiner meinung nach der grund sein es verschwinden ständig waffen aus deiner waffenkammer bei innos wer hat dir das verraten herr brand er gab mir den auftrag mich darum zu kümmern nun wenn das so ist roland dann werde ich dich natürlich in alles einweihen schön also sag mir was du weißt tja es war vor einigen wochen da stellte ich auf einmal eines morgens fest dass ein ganzes fass mit waffen verschwunden war natürlich suchte ich alles ab konnte es aber nirgendwo finden einige zeit später verschwand das zweite dann ein drittes ich meldete sogleich herbrand den fall doch obgleich dieser die ganze burg absuchen ließ konnten die fässer nicht mehr aufgefunden werden damit wird deutlich dass die waffen von jemanden gestohlen wurden doch von wem die burg wird ständig bewacht da kann nicht jeder hereinspazieren und sich einfach ein fass schnappen und gehen die sache ist daher höchst geheimnisvoll es verschwinden regelmäßig waffen von hier ohne dass wir den dieb oder die diebe zu fassen bekommen es ist zum verzweifeln ja ich denke mal also waffen fässer haben wir ja gesehen bei der küste dort wo diese schmugglerhöhle war mal gucken was kuno noch zu sagen hat wann genau verschwanden die waffen fässer in der nacht ich denke schon da mir immer am nächsten morgen der verlust eines fasses aufhiel was sagt die wache die nachts ihren dienst versieht da ist nichts aufgefallen es ist wie verhext tja die waffen werden wohl nicht mehr in der burg sein ich werde mich mal am besten auf der insel umsehen vielleicht finde ich ja eine spur merkwürdig ist allerdings eins wer soll außer uns auf dieser einsamen insel was mit waffen anfangen tja roland ich habe keine ahnung das musst du wohl selbst herausbekommen na toll selbst herausbekommen dann gucken wir doch mal ins logbuch verschwundene waffen ob es da noch einen hint gibt das dürfte eigentlich kein problem sein schließlich ist atanos ja nur eine kleine insel viel verstecke wird es da nicht geben also ich kann mich erinnern dass es unten da wo die vielen goblins waren dass es da auch irgendwelche fässer gab wo ich doch ein paladin schwert gefunden habe nur falls ihr euch noch erinnern könnt das heißt also jetzt gehe ich mal wieder und werde mich mal ins dorf begeben und zwar wenn ich hier in diese richtung gehe dann ist ja auf der rechten seite dieses na sag schon da hinten ist das hinten rechts das weiß ich noch ob man da irgendwo war da nämlich so eine höhle äh hallöchen wieso sind hier plötzlich neue tiere ach du liebe grüne neune ich glaub's ja jetzt überhaupt nicht das heißt also was sind das für ein vieh da hinten ein wark ne ein wildschwein heimatland heimatland ach du liebes liesle ach du liebes lieschen was zum geier mach ich denn jetzt kriegt das bäh okay hier gibt es auch neue pflanzen und solche geschichten äh was ich sagen wollte wenn hier wieder irgendwas respawned wird dann ist es grundsätzlich vom programmierer so so kenne ich das von alten spielen auch von den arcade classics dass wir auf der richtigen fährte sind also wildschweinchen hauen wir kaputt ziehen das fell und nehmen das fleisch also das ist ja jetzt wieder ja das ist das ist das ist sinnig wenn ich hier auf der richtigen fährte bin hallo blutfliege wieso bist du so schwierig hm hm nächste blutfliege ein schlag und noch ein schlag wunderbar kann ich die nehmen da ist nicht zu holen irgendwas grunzt hier noch da ist nicht zu holen irgendwas grunzt da hinten lögge los danke sehr sehr schön gucken wir mal so nebenbei wieviel points wir haben bis zur nächsten stufe ach das sind ja nur noch 475 das ist ja klasse oder? ja 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 bumm oh yeah komm blutfliege lass dich doch mal natzen ach das gibt es auch nicht hier jetzt ok also irgendwo war hier was das weiß ich noch da habe ich doch die jagd mit den goblins gehabt die ringel reingespielt haben und irgendwo bin ich rausgekommen in so einem seitenversteck wo waren das nochmal da habe ich mich jetzt hier völlig vertan ne hier kommen wir oben aufs plateau ne mal gucken mal gucken mal gucken ja da ne ist es hier kommen wir ja nicht weiter oder war das irgendwo links ein heilkraut haben wir hier da hinten ist noch ein heilkraut oder schön dass hier alles schön nachwächst ja ne ok irgendwo das ist hier ein bisschen da fest verschwundene waffen das ist gut das ist gut dann bin ich auf dem richtigen weg dann habe ich doch richtig was wie war es drecksviecher wer hat das gesagt hallo ok schwebende feuernesseln schwebende waldbeeren also ist das doch irgendwo da unten und ein baumstamm ein glück es scheint spannend zu werden liebe leute währenddessen dämmerts draußen der blutmond der blute wolfsmond übrigens der war gestern nachrichten haben sich ja natürlich auch wieder verbreitet so da war also jetzt plötzlich irgendwie ein Heinz der erzählt hat da ist wieder eins von den Viechern das könnte sein ich vermute es auch nur dass ich irgendwelchen schmugglern gleich in die arme laufe ich weiß wir sind hier richtig und zwar müssen wir hier hoch die treppe nein das ist eine leiter keine treppe ich mach dich fertig was ist los ich wusste es so ein dämlicher Mistkerl oh guck mal er schwebt langsam nach unten so jetzt bin ich ein bisschen abseits von den Wegen weil mir aufgefallen ist hier sind noch neue Viecher und Kreaturen gespawnt worden die ich auch so ein bisschen niedergemetzelt habe Lurker und Wildschweine und Paladinschwert noch eins Seraphis ja und Kräuter natürlich jetzt habe ich aber noch ein Paladinschwert gefunden weiß ich nicht ob es hier gespawnt worden ist aber ich war ja hier schon mal hier beim ach ja ich war ja schon mal hier nochmal beim See mit den wieso verfeitert der nicht so richtig wie ich möchte naja hier habe ich aber jetzt unheimlich viel verloren das geht gar nicht Leute so weil ich schäle mich kurz vor einer neuen Stufe und das möchte ich schon nochmal äh haben da hinten ist nämlich auch noch was ach ein Scavi mal gucken wir mal Zwei und der und der so hatte was ist denn für welche oh mehrere sogar Grasland hat er noch das Geräte hallo na also über eine Stufe gestiegen das heißt ergo ich habe elf Stärke bräuchte ich sozusagen noch Fünfe das kostet mich aber dann Zähne das kostet genau richtig ich werde es so machen ich will auf Stärke 50 kommen und werde in die Burch teleportieren und bei Bruno dann mal noch 5 Stärkepunkte reinholen vielleicht bringt mir das mehr so da ist der Bruno so so gibt es hier noch irgendwelche neuen nein gibt es keine neuen Gesprächsoptionen mehr also ich will stärker und geschickter werden so das heißt 10 Lernpunkte Stärke 5 und das war es dann auch schon gut jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen ja ha 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 das war's jetzt haben wir Stärke 50 Geschick 47 war da 8 von 18 gut okay dann gehen wir wieder runter in die Natur und versuchen mal da die Schmuggler auszuheben so hier sind wir und als erstes begrüßt uns ja immer dieser Stone und hat uns mit einem Schlag genutzt das ist Mist komm ich hier hoch? na? ne komm ich nicht hier soll ich nochmal ein bisschen was futtern hier na oh was haben wir denn hier so alles ein paar Waldbärchen ja so ich das hier merke werde ich wohl keine Chance haben weil dahinter sind nämlich noch mehr Schmuggler ist mir aufgefallen und wenn ich jetzt hier ich mach dich fertig da kommt der Stone schon so mal gucken der kommt sogar hinter mir her das ist doof was mach ich denn jetzt er macht mich ja fertig Stone verfolgt mich er verfolgt mich noch weiter mal gucken vielleicht ok dann werde ich mal folgendes machen ah nein nicht da gibt's da noch mehr ah da ist der schnell der Typ der Stein wir sprechen und ja so knapp so ah der kommt sogar hinter mir her super geil so ein dämlicher Mistkerl oh weia jetzt habe ich mal gerade eben einen Schmuggler rausgelockt und ich hoffe dass ich den irgendwie ein bisschen ne kann ich nicht sind mir viel zu viel zu stark toll ja gegen die komme ich nicht an die sind mir alle zu stark das habe ich schon eben ein paar mal probiert deswegen werde ich nochmal versuchen zur Burg zurück und Herbrand Herbrand oder Kuno mal erzählen ob die da schon mehrere Kenntnisse haben also ob ich da irgendwie na Unterstützung bekomme damit ich da die Schmuggler da ausradieren kann gucken wir mal als erstes gehe ich mal zum Herbrand und dann wollen wir mal gucken was er sagt falls er noch was sagt hey ach ja da habe ich mal wieder eine Option vergessen eine Dialogoption für so eine Aufgabe aber brauche ich eine bessere Waffe du hast recht sag Kuno dass er dir ein besseres Schwert geben soll und er soll es ohne Widerrede rausrücken oh Leute und da war ich wieder viel zu voreilig oh das werden wahrscheinlich auch viele gedacht haben so von wegen oh wieso hatten wir mit Herbrand nicht weiter gequatscht oh nee ey ja so kann man auch Spannung auch künstlich aufbauen ja also top zu Kuno und Hechtsprung zu Kuno los rück die Waffe raus ich soll mir bei dir bessere Waffen abholen und zwar umsonst sagt wer sagt Herbrand und du sollst sie ohne Kommentar rausrücken hm ein besseres Schwert kannst du von mir aus umsonst haben und wie sieht es mit einer Armbrust aus die sind rar mein Junge und darum gebe ich sie nur raus wenn du sie bezahlst hallo klingelt es mal bei dir Herbrand hat gesagt dass du mir neue Waffen geben sollst und zwar umsonst so da hat er doch bestimmt nur ein Schwert mit gemeint schließlich weiß Herbrand selber wie es um unsere Waffenbestände steht oder soll ich ihn mal fragen na schön dann gib mir nur ein Schwert aber das beste das du hast denk bloß nicht dass du jetzt ein Paladin Schwert bekommst du bekommst das was jeder Soldat bekommt ein gutes Milit Schwert hier hast du es aha grobes Breitschwert erhalten mein Gott ich habe doch meine Stärke auf 50 jetzt geupgradet wieso Moment mal ein Schaden benötigte Stärke 80 Paladin Schwert benötigte Stärke 60 äh benötigte Geschicklichkeit 40 für den Offiziersdegen was hat er mir Militschwert grobes Breitschwert hat er mir gegeben Schaden 40 was ist denn das für ein Mist ich komme mit dem Offiziersdegen schon nicht weiter na klasse und nun hm warte mal ja ne skippen wir mal wieder ich gehe nämlich Holzhacken meinen Frust abhacken einmal zweimal also wenn ich hintereinander nochmal klicke dann tut das nicht also immer ein bisschen so zur Seite gehen dann noch da so das müsste der dritte sein genau genau richtig ja dann wie immer schön Holzhacken 20 Holzscheiben und dann werde ich noch bestimmten Rest haben ja gut okay das geht jetzt nur einzeln genau und nochmal meine Werkbanken Pfeile bearbeiten 100 Pfeile und nochmal ach ne das waren schon 100 Pfeile wahrscheinlich weil ich mal wieder kein keine Fliege äh Fliegen hätte ich beinahe gesagt keine Federn habe ich werde doch nochmal weil äh im Logbuch steht verschwundene Waffen genau äh da steht auf dem Goblinberg von Athanos habe ich ein kleines Waffenlager entdeckt vermutlich handelt es sich um ein Zwischenlager der Waffenschmuggler vielleicht handelt es sich auch um einen geheimen Treffpunkt um das versteckte Schmuggler aber wird es sich wohl nicht handeln hierfür wäre die Höhle nämlich viel zu klein ergo äh werde ich nach einem kleinen Skip mal zu dieser Schmugglerhöhle schwimmen und gucken ob da auch wieder eine Quest geschaltet wird und ob ich dann auf dem Rückweg Bericht erstatten kann so dann nehmen wir aber die Abkürzung und laufen mal zum Strand hin dann fragen wir nochmal Hubert ob noch was ist ich habe die Lörke heute aha ich habe die Lörke heute die Marbot von mir haben wollte ich gratuliere dir na dann wird es auf meinem Posten wohl ziemlich ruhig werden das ist ja klasse okay dann haben wir jetzt hier die Quest auch geschafft und es regnet und es regnet ich habe hier was gehört hier in der Nähe habe ich was gehört hier ist doch was Tatsache ein Schmuggler und noch ein Schmuggler ach du liebes Lieschen Hilfe 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 was mache ich mir jetzt hier einfach zu kriegen oder wat oh weg scheiße die haben mich mit dem Fallenbogen getroffen okay Abbruch so gut Angriff ist die beste Verteidigung versuche ich das mal so hier ist ja einer da oh er hat mich schon einer getroffen oh eins zwei drei Schmuggler also zwei hier in der linken Ecke ja renn so schnell du kannst naja da muss ich einen anderen Weg gehen versuchen den Schmugglern erstmal auszuweichen wenn die doch hier alle sind lass mal gucken hier wer ist hat er nur Schmuggler okay ahja das gibt es noch Pfeile äh Pfeile okay Federn die dürften ja keine Schwierigkeit sein so Scabby ah jede Menge das ist doch cool One Hit Wonder herrlich ja dann metzel ich die erstmal nieder und dann gehts weiter so jetzt äh hab ich hier auch noch welche erledigt und jetzt gucken wir doch mal ob dieser Herbert hier Wache hält hab ich noch gar nicht besucht Hallo Herbert und Herbert was macht dein Training äh gut man sehr gut wie schön jetzt ist er verlegen jetzt stinkt er äh jetzt macht er nicht mal so eine große Klappe ah unser Klaus kann er uns noch was beibringen was kannst du was willst du wissen okay da haben wir schon sein ganzes Potential herausgelöscht gut okay ich werde mich also zum Strand begeben und äh oh Gott da hinten ist was und die Wiestert jetzt äh eliminieren die da noch sind nachdem ich was gegessen habe ich glaube das Wildschwein da hinten das kann man ja noch zeigen oder Wildschwein ach ich geh mal einfach mit bei einem Bogen darauf zu wilde Hunde essen ja okay die können wir schon hat da noch das Mole Rat was heißt das wie was heißt das ist ja gerade im Kampf der Mole Rat ne hier war doch was ach scheiße äh worin die Wildschweine denn hin ach toll nehmen sie mir hier die Erfahrungen da weg äh na so Wildschweine auf Ome was dann aus Mole Rat so haben wir hier haben sich einige neue Kreaturen gespawnt so okay er kann ja auch durchs Gitter latschen hier und ein Wolf höre ich ach du liebes bisschen soll ich doch mal speichern oh alter Schwede vorher war es Momping an oh den Wolf mal oh genau richtig ein Treffer ein Sinn und dann aus welch zu holen ist nichts mehr zu holen nicht zu holen ich meine auch nicht mehr ja schön dass ich hier noch was gespawnt hat an Tierchen das sorgt für Abwechslung finde ich das ist fabelprächtig fabelprächtig wegen der oh na ok wegen der vielen Fabelwesen die hier sind so das ist gut weiss mal alles ab Fasen hier ansonsten nichts mehr ja dann geht's rüber da hinten zur Schmugglerhöhle und auch hier werde ich ein bisschen überspringen nachdem ich hier die Hornmuschel gesammelt hat ok ja ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge macht's gut tschüss schnitzel wir sehen uns in der nächsten Folge wir sehen uns in der nächsten Folge 3 4 5 Vielen Dank.